Wir haben die Anweisung gelegt mal, die Strecke vorbeizuhassen, die das Anweisung zu tun. Dann gehen wir nach. Könnte natürlich in der Sicherung untertitelt bleiben. Das wäre vielleicht ein Zuhof. Aber... Ja. 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 Hauptsache, ich finde es für die Granada. 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 Und... Ich finde es für die Granada in der Granada in der Granada. Aber dann schieße ich euch nicht. Ich stehe gerade... Äh... Hallo? Aber... Aua... Ich weiß jetzt nicht, was wir in derن Sorge tun. Nachschましょう. Ich weiß nicht, was ich so richtig weiß. Ich weiß nicht, was ich weiß. Nein, wo es sich so groß ist. Er wird zu vertanken. Ich weiß nicht, dass ich so groß ist. Ich weiß nicht, dass ich so groß ist, weil ich so groß ist. Ja, toll, Daniel feint weniger auf die Pläne, das ist nicht mehr so, dass er sich nicht mehr auf die Pläne nimmt. Ja, ja, vielleicht. Ja, 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 ja. Ja, das ist doch nicht so schlimm, dass die Kutte in der Kutte so gut sind, ich glaube es ist doch kein Unterschied, der Kutte ist so schön hier geworden, oder nicht, aber, ist ja egal. Ich habe keine Hilfe, leider du außer 800 Kugeln im Körper, ich brauche ja, keine Hilfe. Ehhhh ... ja ... Ich habe den必ösen Zettel, damit man sie an den Schiff Ah, die Waffe finde ich ja nicht, aber das haben wir, weil wir relativ schnell nachgelöst haben. Die Waffe ist ja mäßig toll. Dann nehmt die auch was an. Die Feuerte, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, das ist schön für dich, meine Geschenk für die Schwester. Ich muss dir auch nicht bescheiden, bitte schön. Ich glaube, der die Granate geholt hat, ist erwischt. Ist da gerade selber eine, die eigene Granate gerade? Naja, gut. Dummheit muss bestraft werden. So. Ja, schlacht entlegen, wo du bist. Verdankte Deutsche! Sie kamen sich auf den oberen Etagen vorbei. Sollen wir Sie mich bitten aufzugeben? Ich frage Sie, wenn ich Sie in die Luft gejagt habe. Schafft mir jemand die Sprengstoffe von hier raus? Wir brauchen hier oben Pioniere! Ich habe etwas Sprengstoff! Ich fange hier drüben an! Er braucht Hilfe! Wollen Sie etwas Sprengstoff von den Pionieren? In Ordnung, Genosse! Bringen Sie diese Ladungen bei den Hauptpionieren an! Schnell! Ich habe das Spiele, die können ich schon ein paar Mal durchgespielt haben. Ich bin hier auch schon so ein kleines bisschen überlaust. Aber ja, ich wollte das trotzdem noch, als ich hier mal bin, weil... ... die Schnell 1 geflacht hat. ... aber... ... da... ... ähm... ... genau... ... gehen Sie auf Sicherheitsausstand auf dem Platz. Hier ist es Corona, dass Sie auf Sicherheitsausstand auf dem Platz sind. Das liegt da mit ungefähr... ... 10,000 Euro, bis Sie es völlig überrannt haben. ... und... ... ich habe wieder... 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 ... das Mord gewesen... ... na dann... ... vielen Dank fürs Zuschauen... ... vielen Dank fürs dabei sein... ... und wir sehen uns dann... ... hoffentlich... ... in der nächsten... ... Folge wieder... ... da geht es dann... ... hier rum... ... jetzt wollen wir hier... ... ja... ... und da geht es hier weiter... ... der Kabelreparatur und Bahnhof Nummer 1... ... wie gesagt... ... vielen Dank fürs Zuschauen... ... und... ... bis zur... ... nächsten... ... Aufnahmesession... ... bis dahin... ... und tschüss...